Mein Name ist Hans Traut. Zum Tanzen kam ich zufällig, wie zu vielem in meinem Leben, in Karlsruhe, wo meine Urgroßeltern ein Hotel besaßen und mein Großvater geheiratet hat. Als Student spielte ich Theater und da sah ich im Fernsehen einmal einen Tänzerkörper, der sich ausdrucksstark am Boden wälzte, was ich so vorher noch nie gesehen hatte und mich tief beeindruckte. Kurz danach luden mich Freunde zum Besuch eines Gastspiels nach Mannheim ein, Blaubart von Pina Bausch, ein Tanztheaterstück. Erst in der Nacht nach der Aufführung erkannte ich den radikal neuen Ansatz, Tanz zu kreieren und so kam ein starker Wunsch in mir auf, das will ich auch machen. Über viele weitere Zufälle kam ich zu modernem Tanztraining in der ganzen Welt und einem gemieteten Loft in Karlsruhe, in dem ich wohnen, choreografieren und aufführen konnte. Seit 40 Jahren mache ich das, zusammen mit meiner Frau Margret Wolf und vielen, vielen anderen Tänzerinnen. Es ist die ganze Zeit beim Tanztheater geblieben, weil ich fühlte, dass ich damit immer Zuschauer und mit Akteuren begeistern kann, bis heute. Alle alten und neuen Tanzstile sind in diesen 40 Jahren permanent verändert worden und passen nach wie vor hervorragend in das Sujet-Tanztheater. Ich kann mich an einen Wettbewerb erinnern, bei dem Tänzer Ausschnitte aus ihren Stücken zeigten und mich ein Jurymitglied fragte, in welchem Stil ich eigentlich tanzen würde. Sowas spricht heute niemand mehr an, denn Tanz hat sich längst zu Urban Dance in einer globalen Welt entwickelt. Eine Treppe passt gut zu meinem Lebensgefühl, ein ewiges Auf und Ab in Bewegung. Sie gibt eine klare Form vor, aber alles ist möglich, wie im Tanztheater. Z düşünce hinweise. Z creol. ZDV1